ARD Text im Auftrag von Funk Hallo zusammen, wir sind hier auf einem Fest. Jetzt gehen wir schnell weg, weil hier viel los ist. Und so. Es ist jetzt so gut. Es ist traurig. Es tut uns wirklich unglaublich leid. Wir haben in letzter Zeit... Es tut uns so leid. Wir haben wirklich nichts mehr aufgelassen. Ein paar von euch haben schon geschrieben. Seid ihr tot? Seid ihr tot? Hört auf mit YouTube und so. Und dann hat nicht jemand geschrieben. Nein, im Falle nicht. Sie sind nicht tot. Aber sie haben wirklich nichts aufgeladen. So viel hell. Im Moment sind wir eigentlich ein Video, wo neue Produktion steht. Und das braucht einfach extrem viel Zeit. Es ist ein bisschen aufwendig. Aber ich glaube, es kommt gut. Das kommt sicher gut. Aber wir werden vielleicht vorher noch ein anderes Video machen. Wir sind momentan ein bisschen gebraucht. Ich muss ehrlich sagen, es ist schon Sommer und wir wollen auch etwas draussen machen. Und wir haben noch ein riesiges Projekt, so ein grosses Projekt, das wir am Planen sind. Und das tut schon ein bisschen Zeit beanspruchen. Ja. Und wir lieben Leute, es ist Sommer. Geht doch ein bisschen raus und spielen. Oder in die Pfanne. Wir haben keine Droge. Die Fick gibt keine Blauwelt. Das ist wichtig. Ja. Das heißt... Retetivale. Esst mehr Biber. Das ist das Abschluss. Hashtag. Retetivale. Esst mehr Biber. Tschüss. Tschüss.